Eine Fahrt mit dem ukrainischen Militär. Leichen pflastern die Straßen und säumen die Gehwege. Einigen von ihnen sind die Hände auf dem Rücken gefesselt. Montagmorgen zähle man 340 leblose Körper nach dem sogenannten Massaker von Butscher. Kurz darauf ergreift der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky das Wort. Russische Mütter, selbst wenn ihr Plünderer großgezogen habt, wie konnten sie dann zu schlechtern werden? Ihr konntet nicht übersehen, was in euren Kindern steckt. Ihr konntet nicht übersehen, dass sie alles Menschliche verloren haben. Keine Seele, kein Herz. Sie haben absichtlich und mit Vergnügen getötet. Ich möchte, dass alle Führer der Russischen Föderation sehen, wie ihre Befehle ausgeführt werden. Solche Befehle. Eine solche Erfüllung. Und eine gemeinsame Verantwortung. Für diese Morde, für diese Folterungen, für diese durch Explosionen abgerissenen Arme, die auf den Straßen liegen. Für die Schüsse in den Hinterkopf von gefesselten Menschen. So wird der russische Staat jetzt wahrgenommen. Das ist euer Bild. Eure Kultur und euer menschliches Aussehen sind zusammen mit den ukrainischen Männern und Frauen, zu denen ihr gekommen seid, untergegangen. Sagt der ukrainische Präsident und richtet den Zeigefinger Richtung Kreml. Das russische Verteidigungsministerium weist die Anschuldigungen Kiews zurück. Für tote Zivilisten sei man nicht verantwortlich. Während die Siedlung unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte stand, wurde kein einziger Einwohner Opfer von Gewalttaten, heißt es in einer Erklärung. Der südliche Stadtrand einschließlich der Wohngebiete wurde rund um die Uhr von ukrainischen Truppen mit großkalibriger Artillerie, Panzern und mehrfach Raketenwerfern beschossen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums seien die russischen Truppen am 30. März vollständig aus Butscher abgezogen worden. Russland zweifelt zudem an der Echtheit der Beweise. Kiew reagiert auf die neuesten Ereignisse. Ich habe einen Beschluss zur Schaffung eines besonderen Justizmechanismus in der Ukraine für die Untersuchung und gerichtliche Prüfung aller Verbrechen der Besatzer auf dem Gebiet unseres Staates genehmigt. Das Wesen dieses Mechanismus ist die gemeinsame Arbeit von nationalen und internationalen Experten, Ermittler, Staatsanwälte und Richter. Dieser Mechanismus wird der Ukraine und der Welt helfen, diejenigen, die diesen schrecklichen Krieg gegen das ukrainische Volk entfesselt haben oder in irgendeiner Weise daran beteiligt waren, sowie die Verbrechen gegen unser Volk vor Gericht zu bringen. Ein Prozess, der weiter auf sich warten lassen könnte. Der Platz um Butscherskirche, der als Massengrab dient, füllt sich weiter.